Ja ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich auf eurer Yogamatte. Für unsere heutige Yoga Sequenz bräuchtet ihr zwei Blöcke. Wenn ihr Blöcke nicht habt, nehmt zwei dicke Kissen, ein kleines Kissen und eine Decke für unsere Anfangs- und Schlussentspannung. Und so wollen wir auch gleich loslegen mit der Anfangsentspannung. Legt euch auf den Rücken, spürt in den Körper hinein, wie fühlt sich euer Rücken heute an. Möchtet ihr lieber die Füße vom Gesäß aufstellen oder die Beine ausstrecken? Wenn ihr die Beine ausstreckt, nehmt sie hüftbreit auseinander, Füße fallen locker nach außen. Nehmt die Arme so weit vom Körper weg, dass die Handflächen leicht nach oben schauen. Und so kommt in eurer Entspannungslage an. Nehmt euren Körper auf der Unterlage wahr. Nehmt ganz bewusst die Berührung zur Erde auf. Spürt in die Fersen hinein und den Kontakt zur Unterlage. Nehmt die Waden am Boden wahr. Die Rückseite der Oberschenkel, das Gesäß. Man spürt in den unteren Rücken hinein, sehr wahrscheinlich spürt hier keinen Kontakt zum Boden. Dann nehmt den Abstand wahr zwischen Unterlage und Lendenwirbelsäule. Und wandert dann langsam den Rücken hinauf. Spürt den mittleren Rücken am Boden. Der obere Rücken mit den Schulterblättern, den Schultern. Nehmt die Arme, die Hände am Boden wahr. Jeden einzelnen Finger. Spürt in die Halswirbelsäule hinein, die sich wieder vom Boden löst. Und der Hinterkopf hat wieder guten Kontakt zum Boden. Nehmt euren ganzen Körper wahr. Von den Füßen über die Hände bis zum Hinterkopf. Dann geht mit eurer Wahrnehmung zu eurem Atem. Wie fließt der Atem heute? Ist er vielleicht noch ein bisschen flach, ein bisschen unrund? Und so lasst den Atem ruhiger und tiefer werden. Einatmen durch die Nase tief in den Bauchraum. Und ausatmen. Lasst alles los, was ihr loslassen möchtet. Einen Stress. Einen Ärger. Alles, was euch belastet. Einatmen. Spürt, wie die Bauchdecke sich hebt. Und ausatmen. Lasst den Bauch wieder ganz entspannt nach unten sinken. Und dann legt eine Hand auf den Bauch, die andere Hand auf den Brustkorb. Einatmen auf drei, tief in den Brustkorb. Haltet den Atem. Atmet weiter auf drei, tief in den Bauchraum. Und atmet ganz lange und tief auf acht aus. Aus. Lasst ganz los. Bauchraum, Brustraum entspannen sich. Der ganze Körper entspannt sich. Einatmen auf drei, tief in den Brustkorb. Weiter auf drei, tief in den Bauchraum. Und ganz lange und tief auf acht. Wieder ausatmen. Wenn der nächste Einatmen kommt, wieder erst in den Brustkorb. Dann in den Bauchraum. Und ganz lange und tief wieder ausatmen. Alles loslassen. Alle Anspannung im Körper. Alle Anspannung in den Gedanken. Macht es noch drei, vier Mal in eurem eigenen Atemrhythmus. Und bei jeder Ausatmung könnt ihr vielleicht noch etwas tiefer in die Matte sinken. Alle Anspannung loslassen. Entspannt euer Gesicht. Entspannt den ganzen Mundraum, Kiefergelenke ganz locker lassen. Und noch einmal in diesen Atemrhythmus hineingehen. Noch mal ganz bewusst die Körpervorderseite weit werden lassen. Und ganz bewusst noch mal loslassen. Und wenn ihr jetzt tief ausgeatmet habt, dann legt die Arme wieder neben den Körper. Und spürt nach, wie fließt der Atem jetzt nach diesen bewussten Atemzügen. Nehmt euch immer mal wieder im Alltag vor, so bewusst in den Körper hineinzuatmen. Mit jedem Atemzug nehmen wir nicht nur Sauerstoff auf, sondern Energie, Prana fließt in den Körper. Und diese Energie brauchen wir für unseren Alltag, für unsere Aufgaben im Alltag. Dann nehmt noch zwei, drei tiefer Atemzüge und fangt langsam an, euch zu bewegen. Hände, Füße, und euch mal richtig lang machen, recken, strecken, vielleicht auch gähnen, seufzen. Macht alles, was euch jetzt gut tut, was den Körper wieder langsam aktiviert. Und dann könnt ihr die Decke zur Seite legen. Vielleicht wollt ihr sie auch klein zusammenlegen. Wenn ihr vielleicht keine Blöcke habt, könnt ihr eine Decke nehmen, dickes Kissen. Und kommt dann langsam in die Rückenlage. Wir fangen auf dem Rücken an. Stellt zunächst die Füße vorm Gesäß auf. Und dann könnt ihr das Gesäß noch mal leicht anheben und den unteren Rücken Wirbel für Wirbel ablegen. Bis ihr das Gefühl habt, die Lendenwirbelsäule hat jetzt ganz guten Kontakt zum Boden. Dann könnt ihr zunächst mit den Knien mal ganz sanft hin- und herschaukeln. Spürt in den Rücken hinein. Nehmt wahr, wie ihr euch richtig über den Rücken drüber schaukelt. Dann kommt langsam wieder in der Mitte an. Streckt die Beine aus. Und bei der nächsten Einatmung macht euch ganz lang nach hinten. Streckt die Arme nach hinten. Und ausatmen. Beugt das rechte Knie, holt es mit den Händen kräftig zum Körper ran. Ganz nah zum Körper holen. Einatmend macht euch wieder ganz lang. Die Hände ziehen nach hinten. Und ausatmen. Beugt das linke Knie, holt es kräftig zum Körper ran. Einatmend macht euch lang. Streckt euch. Und ausatmend das rechte Knie. Gebeugt zum Körper, so nah es geht. Einatmend lang machen. Und ausatmend das linke Knie gebeugt ran holen. Einatmend streckt euch nach hinten. Ausatmend noch einmal das rechte Knie gebeugt ran holen. Kräftig ran holen. Einatmend macht euch lang. Ausatmend noch einmal links. Kräftig ran holen. Einatmend streckt euch. Ausatmend holt die Arme zurück zum Körper. Und stellt die Füße wieder vorm Gesäß auf. Den unteren Rücken wieder gut auf der Unterlage ablegen. Zwei, drei Atemzüge bleiben. Immer wieder dem Körper die Gelegenheit geben nachzuspüren. Das zu verarbeiten, was wir gerade gemacht haben. Wenn der nächste Einatmend kommt, streckt ihr die Beine nach oben. Ferse Richtung Decke. Und die Arme wieder über den Kopf nach hinten. Ausatmen. Beugt beide Knie, holt sie ran. Ganz kräftig ran holen. Der untere Rücken löst sich vom Boden. Einatmend wieder ganz lang machen. Finger ziehen nach hinten, Fersen nach oben. Und ausatmend Knie, so weit es geht, zum Körper holen. Einatmend streckt euch noch mal. Bleibt, atmet. Schiebt die Fersen nach oben, Zehen zum Körper. Die Finger, die ziehen euch nach hinten. Und bei der nächsten Ausatmung beugt die Knie, holt sie wieder ran. Kräftig ran holen, bleibt auch hier zwei, drei Atemzüge. Spürt, wie der untere Rücken sich vom Boden löst. Und bei der nächsten Ausatmung setzt die Füße vom Gesäß auf und spürt wieder für einen Moment nach. Und dann wollen wir das Ganze noch mit unserer Schulterbrücke verbinden. Die Füße sind nah am Gesäß. Wenn der nächste Einatmung kommt, hebt ihr das Gesäß und nehmt die Arme über den Kopf nach hinten. Ausatmen, legt ihr erst den Rücken ab, Wirbel für Wirbel ablegen. Die Arme bleiben hinten und dann holt die Knie zum Körper. Ihr seid immer noch in der Ausatmung. Kräftig ran holen. Einatmen, streckt die Beine nach oben, die Arme nach hinten. Ausatmen, nehmt die Arme zurück zum Körper und stellt einen Fuß nach dem anderen wieder vorm Gesäß auf. Einatmen, kommt ihr in die Schulterbrücke. Ausatmen, ausatmen, Wirbel für Wirbel ablegen. Ganz langsam, bis das Gesäß am Boden ist. Dann kommen die Knie zum Körper. Ihr umfasst die Knie, kräftig ran holen. Einatmen, streckt die Beine nach oben, die Arme nach hinten. Lang machen. Ausatmen, nehmt die Arme zurück zum Körper, stellt einen Fuß nach dem anderen wieder auf. Einatmen, Schulterbrücke. Ausatmen, Wirbel für Wirbel ablegen. Ganz langsam. Und weiter ausatmen, die Knie zum Körper, als wolltet ihr die Luft aus dem Bauch rausdrücken. Einatmen, streckt euch. Ausatmen, die Arme zurück zum Körper, einen Fuß nach dem anderen wieder absetzen. Und noch einmal. Einatmen, in die Schulterbrücke. Ausatmen, Wirbel für Wirbel. Dann erst die Knie zum Körper, noch einmal kräftig ran holen. Einatmen, noch einmal strecken, noch einmal bleiben. Atmet. Tief ein- und ausatmen. Schiebt die Fersen nach oben, Zehen zum Körper. Und mit der nächsten Ausatmung holt die Knie nochmal ran. Bleibt hier nochmal drei Atemzüge. Vielleicht spürt ihr die tiefe Bauchatmung an den Oberschenkeln. Lass die Energie fließen. Und bei der nächsten Ausatmung setzt die Füße vom Gesäß auf und spürt wieder nach. Wie fühlt sich jetzt die Körpervorderseite an? Die haben wir ganz weit werden lassen in der Schulterbrücke. Wie fühlt sich die Körperrückseite an? Lass die Schultern in den Boden fließen, nimm die Arme etwas vom Körper weg, Handflächen zeigen, nach oben. Und wenn der nächste Einatmung kommt, streckt ihr das rechte Bein nach oben, Ferse Richtung Decke. Umfasst den Oberschenkel mit den Händen. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, der Oberkörper hebt sich dabei, dann nehmt euch gerne auch ein Hilfsmittel, ein Gurt, ein Stück von der Decke, so als Armverlängerer. Schiebt die Fersen nach oben, die Zehen zum Körper. Jetzt wollen wir das etwas dynamisch gestalten. Das heißt, ausatmend holt ihr das Bein, soweit es geht, zum Körper. Und einatmend schiebt ihr es wieder ein bisschen weg. Ausatmend holt das Bein gestreckt zum Körper. Und einatmend wieder etwas wegschieben. Die Dehnung der Beinrückseiten, ganz wichtig für unsere Rückengesundheit. Wenn wir die Waden dehnen, dann kommt oben beim Nacken was an. Auch wenn wir das nicht unmittelbar spüren. Es gibt ein langes Faszienband, was die ganze Körperrückseite umfasst. Und so könnt ihr wunderbar mit dieser Beindehnung auch etwas für euren Rücken und euren Nacken tun. Noch zwei Atemzüge. Und versucht wirklich, das Knie gestreckt zu lassen. Immer wenn ihr das Knie beugt, dann kommt ihr so ein bisschen aus dieser Dehnung raus. Dann könnt ihr die Hände lösen. Und bei der nächsten Ausatmung lasst ihr das Bein ganz langsam nach unten sinken. Ferse voran. Ganz langes Bein am Boden ablegen. Beide Beine ausstrecken. Und spürt hinein. Spürt den Unterschied. Das gedehnte Bein, das noch nicht gedehnte Bein. Und lasst wieder ganz los. Füße fallen locker nach außen. Mit der nächsten Einatmung stellt die Füße wieder auf. Den Rücken wieder schön ablegen. Einatmen, streckt das linke Bein nach oben. Ferse nach oben schieben. Zehen zum Körper. Umfasst den Oberschenkel mit den Händen oder mit eurem Hilfsmittel. Und dann wollen wir wieder ausatmen. Das Bein, soweit es geht, zum Körper holen. Und einatmen, schiebt es wieder weg. Ausatmen. Mit gestrecktem Knie, soweit es geht, ranholen. Und einatmen, wieder wegschieben. Und denkt wieder daran, wenn wir unsere Beinrückseite dehnen, dann kommt oben im Nacken was an von dieser Dehnung. Das ist auch ganz wichtig für unseren aufrechten Stand, aufrechten Gang. Gedehnte Beinrückseiten. Nur noch zwei, drei Atemzüge. Und auch hier, lasst das Knie gestreckt. Holt das Bein nicht so weit ran, wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst das Knie beugen. Bleibt in der Streckung, in der Dehnung. Noch einmal ranholen. Dann könnt ihr die Hände lösen. Ausatmend. Und lasst das Bein wieder ganz langsam nach unten sinken. Dann schiebt es so richtig weg von euch, aus der Hüfte heraus. Dann wieder beide Beine ausstrecken. Lasst die Füße wieder ganz locker nach außen fallen. Und spürt nach. Wir legen jetzt die beiden Beine am Boden auf. Lasst den Atem ruhig und gleichmäßig fließen. Und bei der nächsten Einatmung stellt die Füße wieder auf vom Gesäß. Den Rücken wieder schön ablegen auf dem Boden. Dann legt den rechten Fußknöchel gegen den linken Oberschenkel. Wenn ihr Knieprobleme habt, könnt ihr auch das rechte Bein ganz über das linke schlagen. Dann holt die Beine zu euch heran. Ihr könnt entweder den Oberschenkel greifen, ihr könnt ganz um das Bein herum greifen, so dass ihr den Oberkörper noch entspannt am Boden lassen könnt. Wenn ihr keine Knieprobleme habt, könnt ihr das rechte Knie jetzt schön nach außen schieben. Und holt das linke Bein so weit zum Körper ran, wie das jetzt geht für euch. Achtet darauf, dass ihr jetzt nicht nach rechts wegkippt, dass ihr schön in der Mitte bleibt, in der Dehnung, auf der rechten Seite. Nehmt die Dehnung wahr. Gesäß, Oberschenkel, vielleicht spürt ihr es bis in den unteren Rücken hinein. Eine wunderbare Übung für alle, die vielleicht ein bisschen Probleme haben. Ischias Nerv, der klassische Hexenschuss, wenn die Muskulatur zumacht, wenn die fest wird. Und hier dehnen wir diesen ganzen Bereich. Atmet tief in den Bauch ein und ausatmen. Und stellt euch vor, die Energie strömt in die rechte Seite hinein, in die Dehnung. Die Yogis sagen, dort, wo unsere Aufmerksamkeit ist, dort strömt auch die Energie hin. Und versorgt diesen Bereich, der vielleicht verspannt ist, verhärtet ist. Die Faszienstruktur verklebt ist. Und hier bleiben wir ruhig noch drei, vier Atemzüge und genießen diese Dehnung. Das Gesicht ist ganz entspannt. Kiefergelenke locker. Atmet tief in den Bauch ein und ganz entspannt in die Dehnung aus. Und noch einmal tief einatmen und ausatmen. Löst die Haltung langsam wieder auf. Stellt die Füße vor dem Gesäß auf. Und spürt nach, wie fühlt sich jetzt die rechte Seite an. Ja, nochmal tief ausatmen. Und dann baut die Haltung auf der anderen Seite auf. Linker Fuß, Knöchel, rechter Oberschenkel. Bei Knieproblemen schlagt ihr das linke Bein über das rechte. Holt die Beine heran. Greift entweder Oberschenkel oder greift ganz um das Bein herum. Achtet wieder darauf. Der Oberkörper sollte tief nach unten sinken. Und ihr bleibt wieder schön in der Mitte. Diesmal nicht nach links wegkippen. Wer keine Knieprobleme hat, lässt das linke Knie schön nach außen sinken. Und geht mit eurer ganzen Aufmerksamkeit auf die linke Seite. Spürt hier die Dehnung. Oberschenkel, Gesäß, unterer Rücken. Einatmen, tief in den Bauch und ausatmend. Lasst eure Energie in die linke Seite strömen. Lasst nochmal los in den Schultern. Man neigt immer dazu, die Schultern dann gleich mit anzuspannen. Den ganzen Körper mit anzuspannen. Das brauchen wir gar nicht. Gesicht ist entspannt. Augen entspannt. Und genießt diese Dehnung auf der linken Seite. Noch zwei, drei Atemzüge. Nochmal tief einatmen. Und bei der nächsten Ausatmung löst die Haltung langsam wieder auf. Stellt die Füße vom Gesäß auf. Und spürt in die linke Seite hinein. Wie fühlt sich der Bereich jetzt an? Ihr könnt auch gerne nochmal mit den Knien so ein bisschen hin und her schaukeln. Locker. Und kommt wieder in der Mitte an. Streckt die Arme in Schulterhöhe aus. Für das dynamische Krokodil. Für unsere Drehbewegung. Einatmend hebt die Füße etwas vom Boden an und ausatmend lasst die Knie nach rechts sinken, den Kopf nach links. Einatmend kommt wieder zur Mitte, ausatmend dreht zur anderen Seite. Die Knie immer kurz vom Boden halten. Und die Schultern versucht auf dem Boden zu lassen. Die gegenüberliegende Schulter neigt immer so ein bisschen dazu, sich anzuheben. Versucht sie auf dem Boden zu lassen. Dann habt ihr noch eine wunderbare Öffnung im Brustraum. Jede Seite jetzt noch einmal. Bei jeder Drehbewegung massieren wir automatisch auch unsere Bauchorgane. Massage der Bauchorgane. Wunderbar. Für eine gute Verdauung. Gute Verdauung ist gut für unser Immunsystem. Man kommt langsam wieder in der Mitte an. Und fasst die Knie. Dann könnt ihr den unteren Rücken mal so ein bisschen massieren. Kreisen, eine Bewegung oder einfach so ein bisschen hin und her schaukeln. Locker. Und dann umfasst ein Knie. Kommt mit Schwung hoch zum Sitzen. Dann könnt ihr eure Strümpfe, falls ihr noch welche anhabt, schon mal ausziehen. Wir brauchen gleich einen festen, stabilen Stand. Und könnt in den Vierfüßler kommen. Unser Vierfüßler, den wir ganz bewusst aufbauen. Die Handgelenke sind so etwa unter den Schultern. Die Knie unter den Hüften. Auch hüftbreit. Und dann wollen wir zunächst in unsere Katze hineingehen. Den ganzen Rücken ein bisschen durchbewegen. Einatmend hebt den Blick. Lasst den Bauchnabel leicht nach unten sinken. Und ausatmend kommt in den Katzenbuckel. Und ganz rund werden. Einatmend hebt den Blick. Und ausatmend zieht den Bauchnabel richtig so ein bisschen nach innen. Einatmend. Ganz weit werden. Körper vor der Seite. Und ausatmend ganz rund. Ganz weit an der Körperrückseite. Bei der nächsten Einatmung nehmt ihr das rechte Bein mit nach hinten. Hebt den Blick. Ausatmen mit dem Knie Richtung Stirn. Einatmen. Und aus. Ein. Hebt den Blick. Ausatmen. Ein. Weiter an der Körpervorderseite. Weiter an der Körperrückseite. Noch zweimal. Dann kommt langsam wieder im Vierfüßle an. Und bei der nächsten Einatmung streckt das linke Bein nach hinten. Hebt wieder den Blick. Ausatmen. Knie Richtung Stirn. Einatmen strecken. Ausatmen. Und rund. Noch einmal. Noch einmal rund werden. Dann kommt zurück in den Vierfüßler. Könnt auch gerne die Hände mal so ein bisschen ausschütteln. Ungewohnt für unsere Handgelenke. Diese Haltung. Denn wir wollen noch eine Übung machen. Der Diagonale. Die Diagonale Katze. Das heißt, ihr streckt einatmend das rechte Bein. Linken Arm aus. Und ausatmen kommt ihr mit dem Ellbogen zum Knie. Einatmen strecken. Eine wunderbare Übung für unseren Rücken. Rückengesundheit. Wir versuchen immer das Gleichgewicht zu halten. Dadurch werden auch tiefer liegende Muskeln aktiv. Noch zweimal. Und noch einmal ganz lang machen. Kommt zurück in den Vierfüßler. Richtet euch wieder gut auf. Gerne noch mal Handgelenke ein bisschen ausschütteln. Auch mal der nächsten Einatmung. Streckt das linke Bein. Den rechten Arm. Ausatmend immer wieder zusammenziehen. Ganz lang werden. Noch zwei Atemzüge. Mal richtig schön strecken. Diagonal. Dann kommt zurück in den Vierfüßler. Lasst euch nach hinten gleiten. Macht euch mal ganz lang. Mit den Fingern nach vorne krabbeln. Gesäß. Ganz nah zu den Fersen. Richtig schön strecken. Und tief atmen. Auch einmal tief ausatmen. Und bei der nächsten Einatmung kommt ihr wieder in den Vierfüßler. Und jetzt könnt ihr gut ein kleines Kissen gebrauchen für euer Knie, euer rechtes. Und die Blöcke oder zwei dickere Kissen oder zwei Bücher. Die legt ihr vorne. Den Rand der Matte. Und holt den linken Fuß nach vorne. Kommt in den Sprinter. Im Sprinter richtet ihr euch erstmal gut auf. Achtet darauf, dass euer Unterschenkel senkrecht ist. Dass ihr euer Knie nicht so überdehnt. Dann könnt ihr erstmal die Augen schließen und spürt in die rechte Seite hinein. Wie viel Dehnung verträgt die rechte Hüfte jetzt. Und nur so weit nehmt ihr das rechte Knie nach hinten. Richtet euch gut auf. Das Kinn heben. Auch wenn ihr die Augen geschlossen habt. Den Kopf nicht nach unten hängen lassen. Gut aufrichten. Und tief atmen. Stellt euch vor, euer Atem würde bis in die rechte Hüfte hineinfließen. Und ausatmend lasst die Energie weiter strömen in das rechte Bein, in den rechten Fuß. Euer Fundament. Ganz wichtig für euren aufrechten Stand. Tief über den Bauchraum hinaus in die rechte Seite hinein. Atmen. Lass die Energie fließen. Und ausatmen strömt die Energie in das rechte Bein, in den rechten Fuß. Noch zwei, drei Atemzüge. Das Gesicht ist immer noch entspannt. Die Schultern streben eher nach hinten. Der Brustkorb ist weit. Und wenn ihr das nächste Mal tief ausgeatmet habt, dann könnt ihr die Augen erst mal öffnen. Zieht den mit dem Gesäß nach hinten. Nehmt eure Blöcke mit. Das linke Bein ist jetzt gestreckt. Die Ferse ist am Boden. Und das Gesäß, das zieht nach hinten. Na, wir sind jetzt wieder in unserer Dehnung der Körperrückseite. Könnt ihr euch gern noch mal dieses lange Band vorstellen, was vom Fuß über die Wade, Rückseite, Oberschenkel, Gesäß, Rücken bis zum Nacken hoch geht. Auch hier, lasst den Kopf nicht so nach unten hängen. Nehmt das Kinn etwas nach oben und atmet. Ruhig und tief. Probiert aus, wie viel Dehnung verträgt das linke Bein. Und genau so weit geht ihr mit dem Gesäß nach hinten. Genau so weit holt ihr die Zehen hin zum Körper. Noch zwei, drei Atemzüge. Und genießt auch hier diese wunderbare Dehnung der Beinrückseite. Und wenn der nächste Einatm kommt, kommt ihr langsam wieder nach vorne, nehmt eure Blöcke wieder mit, kommt wieder in den Sprinter zurück, richtet euch wieder gut auf, das Kinn wieder leicht heben, könnt gern die Augen schließen. Nach zwei, drei tiefe Atemzüge in die rechte Seite hinein. Lasst die Energie noch mal bis in eure Füße hineinströmen. Und wenn der nächste Ausatmen kommt, könnt ihr die Blöcke zur Seite legen, kommt ganz langsam und achtsam aus der Haltung raus, nehmt euer Polster weg, kommt in den Vierfüßler und aus dem Vierfüßler strecken wir uns in den Hund. Zehen aufstellen, Gesäß nach hinten und oben schieben. Ihr könnt gerne die Knie etwas anbeugen dabei. Wichtig ist, dass der Rücken jetzt lang wird. Schiebt euch so richtig mit den Händen vom Boden weg. Und dann könnt ihr abwechselnd ein Knie deutlich beugen, Ferse heben und die andere Ferse sinkt zum Boden. Macht es ganz langsam, ihr habt Zeit, keiner hetzt euch. Genießt nochmal die Dehnung der Beinrückseite und gleichzeitig entspannt ihr wunderbar den ganzen Beckenraum, die Hüften, den Bereich, den wir eben gedehnt haben. Lasst den Kopf hängen, Bauchraum entspannt im Hund noch einen Atemzug und wenn der nächste Einatm kommt, kommt ihr wieder in den Vierfüßle, nehmt euch euer Polster unter das andere Knie, holt den rechten Fuß nach vorne, nehmt euch wieder eure Blöcke oder Kissen oder das, was ihr gerade habt und richtet euch auf der anderen Seite ein. Achtet nochmal auf euren Unterschenkel, ne, dass der senkrecht ist. Schließt die Augen und spürt in die linke Seite hinein, wie viel Dehnung verträgt die linke Seite. Linke Hüfte, Leisten gegen, dort wo ihr jetzt die Dehnung spürt. und geht mit eurer Aufmerksamkeit genau dorthin. Lasst dort den Atem hinströmen, die Energie und ausatmen. Stellt euch vor, der Atem strömt in das linke Bein, in den linken Fuß. Das Kinn wieder schön heben, ne, lasst den Kopf nicht hängen. Wenn wir den Kopf nach unten hängen lassen, dann geht immer der ganze Oberkörper gleich mit nach unten. Wir wollen es aber aufrichten, wir wollen weite im Brustraum, sodass die Energie auch gut fließen kann. Noch zwei, drei Atemzüge. Lasst das Gesäß nach unten senken, lasst los in der Haltung. Gesicht ist entspannt, schenkt euch ein inneres Lächeln. Dann könnt ihr die Augen öffnen, zieht mit dem Gesäß wieder nach hinten, nehmt eure Blöcke mit. Der Fuß löst sich bis auf die Ferse und das rechte Bein ist jetzt gestreckt. auch hier, ne, Kinn leicht anheben und ihr zieht mit dem Gesäß so weit nach hinten, wie das jetzt für euch geht. Achtet immer gut auf euch, sorgt gut für euch, ne, es ist euer Körper. Ne, im Yoga wollen wir auch lernen, unser Ego außen vor zu lassen, sondern wirklich in uns hinein zu spüren. Was brauchen wir heute? Nicht immer dieses höher, schneller, weiter, was uns auch im Alltag oft überfordert, sondern wirklich hineinspüren, ne, was brauche ich heute? Jetzt, in diesem Moment, noch zwei Atemzüge. Und bei der nächsten Einatmung kommt ihr wieder zurück in den Sprinter, nehmt euch wieder eure Blöcke mit, richtet euch auf, groß werden. Und noch mal zwei, drei tiefe Atemzüge in die linke Seite hineinschicken. Und wenn ihr das nächste Mal ausgeatmet habt, dann legt die Blöcke wieder zur Seite, kommt ganz achtsam aus der Haltung raus, nehmt euer Kissen zur Seite, kommt in den Vierfüßler und aus dem Vierfüßler noch mal in den Hund. Zehen aufstellen, Gesäß nach hinten und oben schieben. Knie gerne leicht anbeugen, ne, denkt wieder dran, der Rücken soll lang werden, ihr schiebt euch mit den Händen so ein bisschen nach hinten. Kopf ist entspannt und dann fangt ihr wieder an, abwechselnd Knie zu beugen, die Ferse zu heben, das andere Bein strecken, Ferse nach unten sinken lassen. Vielleicht berührt die Ferse den Boden, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. So bewegen wir jetzt noch mal unseren Beckenraum durch, entspannen die Hüfte, den Beckenraum. noch zwei Atemzüge. Gesicht ist entspannt, Bauchraum ist entspannt. Und bei der nächsten Einatmung kommt ihr wieder in den Vierfüßler, hebt noch mal den Blick, ausatmen, lasst euch nach hinten gleiten, noch einmal ganz lang machen, mit den Fingern noch mal nach vorne wandern und dann kommt in das zusammengerollte Blatt, entweder die Hände als Kissen für die Stirn oder die Arme neben den Körper legen. Ihr könnt auch gerne was unter die Stirn legen, zum Beispiel den Flock oder ein Kissen, so, dass ihr jetzt gut loslassen könnt in dieser Haltung. Entspannt Atmet tief ein und aus, spürt die Weite im Rücken, wenn ihr einatmet und ausatmend, lasst alles los, alle Anstrengungen, alle Anspannungen, genießt dieses ganz bei euch sein in dem zusammengerollten Blatt oder auch Stellung des Kindes noch zwei, drei Atemzüge. Wenn der nächste Einatm kommt, kommt ihr langsam Wirbel für Wirbel hoch in den Fersensitz und jetzt richtet euch langsam auf noch mal tief ein und ausatmen Kommt dann wieder in den Vierfüßler Wir wollen noch einmal in unseren Hund hineingehen Hebt noch mal den Blick einatmen ausatmen ausatmen Zehen aufstellen Gesäß nach hinten und oben schieben zwei, drei Atemzüge bleiben Schiebt euch nochmal schön nach hinten das Gesäß das zieht nach hinten und wenn der nächste Einatm kommt, kommt ihr langsam mit den Füßen nach vorne gelaufen zwischen die Hände Ihr könnt euch gerne eure Blöcke nochmal nehmen die Beine sind gestreckt und ihr kommt in der Vorbeuge an Versucht wirklich die Knie gestreckt zu lassen Ihr könnt ja die Blöcke auch hinstellen wenn ihr das Gefühl habt das geht nicht mit den hingelegten Blöcken es ist überhaupt kein Problem Ihr macht es so wie es heute für euch passt Lasst den Kopf hängen Ihr könnt auch den Kopf mal so ein bisschen bewegen den Nacken lockern Kiefergelenke locker alles entspannen Wenn der nächste Einatm kommt beugt ihr die Knie hebt den Blick nehmt die Arme seitlich mit und streckt euch mal richtig nach oben zur Decke ausatmend lasst die Arme sinken kommt in der Berghaltung an die Berghaltung die Füße sind hüftbreit parallel könnt einmal die eine Hand an den Bauch eine Hand an den unteren Rücken legen die Knie sind locker nicht die Knie so nach hinten durchdrücken dann spürt ihr auch gleich wie hier der Rücken ganz fest wird wie ihr hier nichts mehr bewegen könnt deswegen bleiben die Knie locker ihr schiebt das Steißbein Richtung Boden spürt ihr diese Kippbewegung mit dem Becken dann richtet sich der untere Rücken auf dann lasst die Arme locker neben dem Körper einatmen nehmt die Schulter mal hoch zu den Ohren und ausatmen lasst sie nach hinten und unten sinken und nochmal einatmen und ausatmen nach hinten und unten und noch einmal einatmen und ausatmen nach hinten und unten nehmt euch wahr in dieser ganz stabilen Aufrichtung der Berg den so schnell nichts umwirft lasst den Atem ruhig und tief fließen dann könnt ihr die Augen öffnen könnt eure Blöcke zur Seite legen und dann wollen wir noch ein paar Sonnengröße machen nochmal in die Dynamik hineingehen und wir machen zunächst zwei Sonnengröße rückenfreundlich wenn ihr bei denen bleiben wollt dann macht ihr auch so weiter dann kommen noch ein paar Varianten dazu einatmen nehmt die Arme nach oben ausatmet Handflächen vor der Brust einatmen macht euch lang streckt euch ausatmen Vorbeuge einatmen rechtes Bein nach hinten Sprinter Luft anhalten links dazu ausatmen zurückleiten einatmen Vierfüßler hebt den Blick ausatmend in den Hund einatmend Knie am Boden holt den rechten Fuß wieder nach vorne Blick heben ausatmen links neben rechts in der Vorbeuge einatmend hebt den Blick nehmt die Arme mit nochmal öffnen einatmen und aus ein und aus einatmen lang ausatmend Vorbeuge einatmend linker Fuß weit nach hinten hebt den Blick Luft anhalten Luft anhalten rechts dazu ausatmen zurück einatmen Vierfüßler ausatmend Hund einatmend Vierfüßler linken Fuß nach vorne holen Blick heben ausatmend rechts neben links einatmen geht in die Knie hebt den Blick nehmt die Arme mit mit geradem Rücken nach oben ein und aus und jetzt nehmen wir zwei Varianten mit dazu ein und aus einatmen strecken ausatmend Vorbeuge einatmend rechter Fuß nach hinten jetzt kommt die Variante Luft anhalten in den Stütz ausatmend Knie Brust Stirn einatmend Cobra ausatmend Hund einatmend rechter Fuß nach vorne Blick heben ausatmend links neben rechts einatmend mit geradem Rücken nach oben kommen nochmal öffnen und aus ein und aus einatmend lang ausatmend Vorbeuge einatmend linker Fuß weit nach hinten Luft anhalten in den Stütz ausatmend Knie Brust Stirn einatmend Cobra ausatmend Hund einatmend linker Fuß nach vorne hebt den Blick ausatmend rechts rechts neben links einatmend in die Knie gerader Rücken nochmal öffnen und aus ein und aus einatmend lang werden ausatmend Vorbeuge einatmend rechter Fuß weit nach hinten Luft anhalten in den Stütz ausatmend Knie Brust Stirn einatmend Cobra ausatmend Hund einatmend rechter Fuß nach vorne ausatmend links dazu einatmend in die Knie mit geradem Rücken nach oben kommen nochmal öffnen ausatmend und aus einatmend ausatmend lang werden ausatmend Vorbeuge einatmend linker Fuß weit nach hinten Luft anhalten in den Stütz ausatmend Knie Brust Stirn einatmend Cobra ausatmend Hund einatmend linker Fuß nach vorne ausatmend rechts dazu einatmend in die Knie hebt den Blick nehmt die Arme mit noch einmal öffnen und ausatmend lasst die Arme sinken kommt wieder in den Berg an spürt nach Sonnengruß wunderbar um den ganzen Körper zu aktivieren nehmt euren Atem wahr wie kraftvoll der jetzt fließt nehmt euch nochmal in eurer Berghaltung wahr und dann wollen wir noch einmal in den Ablauf hineingehen um nach unten zu kommen wieder zur Erde einatmen ausatmend Hände vor die Brust einatmen macht euch nochmal ganz lang nach oben ausatmend Vorbeuge einatmend rechter Fuß weit nach hinten hebt den Blick ruft anhalten links dazu ausatmen lasst euch nach hinten gleiten noch einmal lang machen und dann kommt nochmal in das zusammengerollte Blatt entweder die Hände als Kissen für die Stirn oder die Arme neben dem Körper liegen oder auch gerne wieder mit Kissen arbeiten so dass ihr ganz gut loslassen könnt und nachspüren beobachtet euren Atem wo fließt er jetzt hin vielleicht spürt ihr wieder das Heben und Senken im Rücken vielleicht nehmt ihr wahr wie ausatmend das Gesäß noch etwas tiefer zum Boden sinkt entspannt nochmal das Gesicht Kiefergelenke locker der Nacken entspannt sich Schultern entspannen sich und wenn der nächste Einatm kommt kommt ihr wieder ganz langsam Wirbel für Wirbel hoch in den Fersensitz ganz langsam aufrichten könnt euch schon mal einen Block nehmen den brauchen wir gleich kommt in die Rückenlage den Block habt ihr griffbereit kommt erst mal in der Rückenlage an die Füße vom Gesäß aufgestellt die Arme gerne schon ein bisschen ausgebreitet Handflächen zeigen nach oben könnt auch noch mal das Gesäß anheben den unteren Rücken langsam ablegen am Boden dann nehmt euch euren Block hebt das Gesäß an und legt den Block unter das Gesäß schiebt ihr nicht zu weit in den Rücken hinein sondern schön unter dem Gesäß bleiben Arme ausbreiten und dann streckt ihr die Beine nach oben kommt in den unterstützten Schulterstand Knie sind locker Füße als wolltet ihr so an der Decke langlaufen und genießt wenn ihr jetzt das Gefühl habt ups das fühlt sich aber komisch an vielleicht müsst ihr was verändern probiert es aus vielleicht wollt ihr auch euer dickes Kissen drunter legen oder ein kleines Kissen auf dem Block die Blöcke sind immer sehr hart der Schulterstand ganz ausgleichende harmonisierende Übung sodass sich die Energien jetzt nochmal wunderbar im Körper verteilen können die wir jetzt gesammelt haben lasst ganz los vielleicht sinkt auch der Bauchnabel noch etwas weiter zum Boden die Schultern die Arme die Hände entspannen sich Füße entspannt Knie entspannt noch zwei drei Atemzüge mal genieß diese Umkehrhaltung das Gesäß ist höher als unser Herz das venöse Blut kann nochmal anders durch den Körper fließen und bei der nächsten Ausatmung setzt einen Fuß nach dem anderen wieder auf vom Gesäß einatmend hebt das Gesäß an nehmt den Block raus legt den Rücken langsam am Boden ab holt die Knie zum Körper für die kleine Atemschaukel die Hände so auf die Knie legen dass die Finger nach vorne zeigen ausatmend holt die Knie zum Körper und einatmend schiebt sie weg ausatmend ranholen und einatmend wegschieben auch hier haben wir nochmal eine kleine Bauchmassage je nachdem wie weit ihr die Knie zum Körper holt einatmen den Bauch nochmal ganz weit werden lassen und ausatmen als wolltet ihr die Luft wieder aus dem Bauch rausdrücken noch drei vier Atemzüge entspannt nochmal das Gesicht entspannt die Schultern die Füße noch einmal tief ausatmen jawohl könnt ihr die Füße wieder vom Gesäß aufstellen und mit den Knien nochmal sanft hin und her schaukeln nochmal ganz locker und dann könnt ihr euch für die Schlussentspannung einrichten dafür könnt ihr eure Decke nehmen vielleicht wollt ihr auch ein kleines Kissen unter dem Kopf legen vielleicht wollt ihr die Füße vor dem Gesäß aufstellen vielleicht ist es angenehmer für den Rücken wenn ihr die Beine ausstreckt nehmt sie hüftbreit lasst die Füße locker nach außen fallen nehmt die Arme so weit vom Körper weg dass die Handflächen leicht nach oben schauen es hat immer den Vorteil dass die Schultern noch etwas tiefer nach unten sinken wenn wir die Handflächen öffnen vielleicht wollt ihr aber auch die Füße vor dem Gesäß aufstellen probiert es aus es ist eure Schlussentspannung ihr kennt euren Körper ihr spürt was ihm jetzt gut tut wie ihr jetzt gut entspannen könnt nehmt ganz bewusst den Kontakt zur Unterlage auf spürt nochmal in die Fersen hinein oder Fußsohlen Kontakt zum Boden spürt beide Gesäßhälften auf der Unterlage spürt eure Schultern am Boden die Hände den Hinterkopf lasst den Atem jetzt so fließen wie er fließen möchte beeinflusst den nicht er kommt und geht ganz selbstverständlich für euch und dann wollen wir noch gemeinsam durch den Körper wandern und die einzelnen Körperteile bitten sich noch etwas mehr zu entspannen so dass die Energie die wir jetzt getankt haben überall hin strömen kann in alle Bereiche des Körpers vor allen Dingen in die Bereiche die die Energie brauchen und so geht mit eurer Wahrnehmung zu den Füßen ich entspanne meine Füße meine Füße sind vollkommen entspannt ich entspanne meine Beine meine Beine sind vollkommen entspannt ich entspanne mein Gesäß und meine Hüften mein Gesäß und meine Hüften sind vollkommen entspannt ich entspanne meinen Bauchraum mein Bauchraum ist vollkommen entspannt 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 ich entspanne meinen ganzen Rücken mein ganzer Rücken ist vollkommen entspannt ich entspanne meine Schultern meine Schultern sind vollkommen entspannt entspannt ich entspanne meine Arme und meine Hände meine Arme und meine Hände sind vollkommen entspannt entspannt ich entspanne meine Kiefergelenke meine Kiefergelenke sind vollkommen entspannt ich entspanne meinen ganzen Körper mein ganzer Körper ist vollkommen entspannt dann vertieft langsam euren Atem wieder Atmet wieder tiefer in den Körper hinein und vertraut darauf dass ihr etwas von der Ruhe und Entspannung mit in den Tag hinein nehmt fangt dann langsam an euch zu bewegen Hände Füße vielleicht wollt ihr euch mal recken mal strecken mal lang machen vielleicht wollt ihr auch mal gähnen oder mal seufzen macht das was euch jetzt gut tut vielleicht wollt ihr euch auch noch mal auf die rechte Seite drehen noch einen kleinen Moment die Ruhe genießen und schenkt euch noch mal ein inneres Lächeln und dann kommt langsam über die Seite hoch zum sitzen könnt ihr euch gern noch mal einen Block nehmen euch auf den Block setzen oder auf eure Decke so dass ihr euch richtig gut aufrichten könnt sehr groß werdet und spürt und spürt und spürt mal in euer Fundament hinein die Füße die Beine Gesäß der Kontakt zur Erde und aus diesem Fundament richtet euch nach oben auf der Scheitel der zieht euch so ein bisschen Richtung Himmel lasst die Schulter noch mal nach hinten und unten sinken die Hände ganz entspannt auf den Beinen auf den Knien könnt die Augen noch mal schließen geht mit eurer Wahrnehmung zu eurem Atem nehmt noch mal ganz bewusst wahr wie der Atem durch die Nase in den Körper hinein strömt und ausatmend den Körper durch die Nase wieder verlässt der Atem der ganz selbstverständlich zu euch kommt der euch mit allem versorgt was ihr braucht nehmt dann die Handflächen vor dem Herzen zusammen Daumen berührt das Brustbein verneigt euch vor euch selbst und danke deinem Körper für alle Anstrengungen für alle Bemühungen danke dir dass du Zeit gefunden hast Yoga zu üben und ich grüße das Licht in dir und mir Namaste vulnerability mit dem Abend natürlich und das mit dem Thema kommt an dir